ATP-Synthase – Schlüsselprotein des Energiestoffwechsels Viele Prozesse in der Zelle müssen mittels chemischer Energie angetrieben werden, die von den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle, bereitgestellt wird. Diese synthetisieren in einem als Zellatmung bezeichneten Prozess Adenosintrifosphat, kurz ATP. Dies ist ein Molekül, das als universelle Energiequelle in allen Zellen verwendet werden kann. Das Besondere am Aufbau der Mitochondrien ist, dass sie von einer Doppelmembran umgeben sind. Sie bestehen also aus einer äußeren und einer inneren Membran, dem dazwischenliegenden Intermembranraum und der ganz im Inneren befindlichen Matrix. Die innere Membran stirbt sich in charakteristischer Weise meist in Form sogenannter Christe in die Matrix hinein. Dadurch vergrößert sich die Oberfläche der Membran und bietet so mehr Platz für membranständige Proteine, zu denen auch die ATP-Synthase gehört. Die ATP-Synthase ist an die sogenannte Atmungskette gekoppelt. Diese besteht aus den Proteinkomplexen 1, 2, 3 und 4, die Protonen aus der Matrix des Mitochondriums in den Intermembranraum transportieren und so einen Protonengradienten aufbauen. In diesen Konzentrationsgradienten ist Energie gespeichert. Um diese Energie überall nutzbar zu machen, muss sie in chemische Energie umgewandelt werden, hier in ATP. Die Energieumwandlung vom Protonengradienten zu ATP oder umgekehrt wird von der ATP-Synthase vermittelt. Wir schauen uns ihre Funktionsweise während der Synthese von ATP einmal näher an. Die funktionell wichtigen Bausteine der ATP-Synthase sind die FO-Unter-Einheit und die F1-Unter-Einheit, die durch einen zentralen und einen peripheren Stil miteinander verbunden sind. Die ringförmige FO-Unter-Einheit bildet einen Protonenkanal durch die innere Mitochondrienmembran, durch den die Protonen entlang ihres Gradienten aus dem Intermembranraum zurück in die Matrix strömen. Der Protonengradient wird also abgebaut und die in ihm gespeicherte Energie freigesetzt. Dies löst eine schrittweise Rotation der FO-Unter-Einheit aus, die ihrerseits den zentralen Stil in Bewegung versetzt. Dadurch kommt es zu Konformationsänderungen in der F1-Unter-Einheit. Rechts schauen wir aus Richtung der Matrix nun auf die F1-Unter-Einheit. Die F1-Unter-Einheit besitzt drei katalytische Bindungsstellen für Adenosin-Bausteine. Diese Bindungsstellen wechseln durch Rotation zwischen drei unterschiedlichen Konformationen. Die L-Konformation, deren Name sich vom englischen Begriff loose ableitet, bindet Adenosin-Diphosphat, kurz ADP, und Phosphat. In der T-Konformation, vom englischen Begriff tight abgeleitet, entsteht ATP und in der O-Konformation, vom englischen Begriff open abgeleitet, wird ATP in die Mitochondrien-Matrix entlassen. Jede Rotation um 120 Grad führt zur Konformationsänderung der drei Bindungsstellen der F1-Unter-Einheit. Schauen wir uns dies zunächst für die Bindungsstelle oben links an. ADP und Phosphat binden locker an die Bindungsstelle in L-Konformation. Dann erfolgt eine Drehung um 120 Grad und eine Änderung in die T-Konformation, in der aus ADP und Phosphat ATP gebildet wird. Durch eine letzte Drehung geht die Bindungsstelle in O-Konformation über und ATP wird in die Matrix entlassen. Anschließend kann der Zyklus erneut beginnen. Tatsächlich verändert sich natürlich die Konformation aller drei Bindungsstellen gleichzeitig. Dazu sind jeweils drei Protonen pro 120 Grad Drehung notwendig. Somit müssen also insgesamt drei Protonen vom Intermembranraum in die Matrix transportiert werden, um ein Molekül ATP aus ADP und Phosphat zu produzieren. Drehung. 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 Drehung.